PUSH AWAY THE INTERNET PUSH AWAY THE INTERNET So, heute spiele ich mit dem neuen Grand You, weil ich im letzten Teil mit dem alten gespielt habe Gut gemacht, Du Rock Das macht der immer Der neue Grand You, weniger einen Tank, mehr einen Boozer, den man richtig schön auf Angriff spielen kann Ich werde nicht die ganze Zeit erklären, weil ich mit anderen Leuten hier zusammen in TS bin und die das nerven wird Ich hör's nicht Er ist mir auch Stiefelsmann Seht er? Zicke Nee, er ist ganz cool, der Stiefelsmann Bitte? Wo? Kennt man gar nicht Die Mutter von heuer mit dem Mother, oh mein Gott, sie wurde endlich vorgestellt Oh mein Gott Aber wenn ihr sehen wollt, wie man Stiefelsmann schreibt für Twitch TV, hier seht ihr's gerade Ich hab die Ultimate übrigens bereit jetzt Da gehen sie sich alle blieb drauf, ne? Diese Schisser Ich steck lass meine Maus Ja Ja Haha Jetzt du auf ihr? Mach's zu, Halle Was war das denn? Wieso hab ich kein Damage gemacht, ey? Fängt ja gut an, Leute Die wurden wieder alle geschmolzen Nicht in der Musik Das war ziemlich verwirrt Wenn man Loki spielt, passt das Lied voll, was ich gerade höre Was hörst du? Loki, Loki Weiß auch nicht, wie's heißt Loki, Loki, von Arzen Ah Aber du bist da alleine? So, können wir hier die Minions Der Mähdrescher Ja, ne? Der alte Sound war irgendwie ein bisschen geiler Ist voll nervig auch raus mit dieser Animation, ey Hm Hatten wir jetzt welche Beats, denke ich? Ja, alle Level 3, außer Es ist noch ein Kui Burok streitet sich da hinten wieder mit Gegnern, ohne uns Bescheid zu sagen Ups Bisschen früher Bescheid sagen Ah, diese hässlige Fettsack, ey Sind wir auch früher da? Naja, ich stay ja schon back Blöde Kuh Ich muss mal nach Hause Na, super Na, super Brauch'n Ich krieg'n Ich krieg'n Nein, heben Geht weiter Wow Oh Oh, der slowt mich Muss ich mal gucken, was baut denn der? Das interessiert mich Ah, okay Ah, okay Du, du, du Er hat genommen Warum auch nicht? Die Leute trollen immer Warum sollte Aris auch nicht Dread haben? Man, ich hätte mehr Scham Na gut, Aris, wo du ja jetzt Dread hast, geh'n die Basis einkaufen Brauch'n mich ja nicht mehr Jesus ist hier hinter der Säule Ach, nö, ne Hier läuft Burak geht zurück, das ist ja noch nicht so was kannt, ey Burak will doch nur pödern Die füllen wir wohl auch verrecken Ach, fick dich, ey Wir sind aber auch mehr als nur ein bisschen besser koordiniert als wir Oh Keine Ahnung, vielleicht haben wir da ein sattes Fünfer-Premade-Team bekommen, das ich vorher Stunden nicht unterhalten habe, wie spielen wir zusammen, wer nimmt den wehen Vielleicht sollte ich meine Heilung auch mal mehr priorisieren Ah Was da für'n Schaden raushalt einfach Witz Burak, rede mit uns Nee Nee, du machst das alleine Ist das für mich oder wir streamen? Ja, die Poseidon kommt von links Ja, die Poseidon kommt von links Ja, die Poseidon kommt von links Warum nehmt er immer meinen Red Buff, ey? Warum nehmt er immer meinen Red Buff, ey? Das hat mir ein Glück Also, Isis und Cupid sind mehr als nur zusammen mit MCS Was? Konnte ich nichts machen Och, eine sechze Sekunde Können holten Okay, ist gar nicht nötig Der Meter scheint wir zu beschlagen Wieder Ja, du bist gut, 1-4-3. Ich werde übrigens aufgrund der Statistik garantiert richtig viel Booser bauen, anstatt irgendwas anderes. Full Damage fällt flach. Du bist besser als Stiefel. Hier in dem Borok. Ja, das Spiel hier, die Gegner sind auch sehr gut koordiniert. Und was ist hier los? Sind das Minion-Statuen? Nee, die hängen damit fest, dass Spudgel oder sowas. Aha. Aber sind von der Karte runter als Markierung. Von daher haben wir die Punkte wohl verloren. Ja, vermutlich. Du, du ulti bestimmt gleich wieder. Ich hab gleich auch wieder ultimate. Du, alte? Wen denn? Du an. Na, den kriegst du tot. Hier, ich brauch ein bisschen Hilfe. Okay, wird zu viel. Zu viele. Kannst du vergessen! Gibt keine Ahnung mehr, komm noch weg. Nice. Oh, das sollte ich nicht machen, wenn wir so weit hinten liegen. Ich hätte die ultimate mit rechtsklick canceln können und ne 2 auf Cupid machen, das wär ein bisschen schlauer gewesen. Ich hab noch nicht versucht, die neue ultimate zu canceln. Geht das? Hat das wer schon mal gemacht? Quats ultimate canceln? Keine Ahnung. Nee, die kann man nicht canceln. Genauso wenig wie die alte. Ich geh rein. Zumindest ging's von mir vorhin nicht. Das war Feuer, ey, das. Mhmhmhmhm. Ich kann das auf Dings gehen. Wie heißt der? Specki. Okay, vielleicht auch nicht. Oh, natürlich. Ja, TS. Ja, sind extrem koordiniert. Die gehen ja schon fast vor wie so eine Spezialeinheit. Oh, der Cupid war so buggy eben. Ja, ich hab doch nur für Cupid gewolltet, gar nicht für den Poseidon. Entschuldigung, waren Killsdiel. Ich hab die eigene Art reaktiviert. Okay, die haben TS, das hab ich gesehen. Hat ein Klemmchen auf der Blinde draus. Nein, nein. Weil Ise es direkt nach hinten geguckt hat und auf den Dings geachtet hat. Hier, ich hab grad was. Oh, ne, hab ich jetzt. Ich hab das Dings. Oh, ne, rechts ist Specki. Specki! Rechts ist grad von hinten. Bei mir hat die Animation abgespielt. Welche Animation? Von I have you now? Ja. Ich hab Heilung! Wollen sie mir nur so viel kuscheln hier, Leute. Und der Ulti. Kommt der kleine Fettbeer und macht ne Ulti. Was ne Pussy. Aber eigentlich schlau. Rieses Komplonenten. Ich hab dich gewarnt. Ja. Out of Mana broke. Ich hatte gehofft, noch in Ruhe nach Hause reiten zu können. Achso, okay. Die Ultimate ist jetzt nicht auf cooldown? Loin. Von wem? Von mir? Ich war im Pferd und wurde auf dem Pferd getötet. Keine Ahnung, wie sie das machen. Warum? Ja, na dann. Wie die heißt es, denkt mein Ultimate ist auf cooldown. Die wird sich so albern aus und wie ein langes Bein. Ach, wollt ihr mich verarschen? Diese Koordination von denen. So übertrieben gut. Hier, Barocki auf Cupid. Oh, ey. Ja, die hat er doch gerade erst gemacht. Oh. Einlögerlich Speed Buffet. Ja, die hat er doch gerade erst gemacht, ey. Nice. Einverstandener Trainer. Das war cool, darum. Oh. Nice. Ahem. Und ich dachte, ich hätte schlau gebeatzt. Das war übertrieben. Oh, wir lassen auch Minions rein. Der hat gewartet, dass ich meine Ulti-Waste. Die sind halt einfach um einiges besser von der Teamzusammenstellung und dem Teamwork als wir. Tut mir leid. Was denn? Was denn? Der Mana mehr. Irgendwie, wenn ich zurückgehe, macht das kein Damage mehr an denen beim Rückwurf. Geh auf ISIS. Okay. Nee, wartet so ein cool ist, der ist laut uns. Dieses links. Von dir Tor. Ich habe auch den Eindruck, dass man News 3 jetzt kürzer anhält, oder? Ja. Meinst du nicht, wie ich es ist? Nein. Oh, verdammte Hühnerkacke. Das war die Gegner schuldig. Scheiße. Habe ich sie noch schön in deinem Kraken gestunnt. Dieser Lack, ja. Der Kraken ist aber gerade zu ready geworden, ey. Ja, der hat mich weggesprengt, der gegnerische Kraken. Ja, mein Kraken, meine ich. Trotzdem hat er mich weggesprengt. Das war ein sehr guter Hammer. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Tritt vor den Millionen um. Da liegt nur uns Pippa. Apple Blue. Oh, ja. Diese Schriftige, äh, Athena Schriftige in Zeit 0. Du sollst es nicht solo machen. Ja, und? Wieso bin ich immer so schnell? Pippa. Ich finde wir viel weniger, wenn wir einfach alleine gehen, wenn wir alle zusammengehen, dann outplayen die uns. Ach, ich hätte Vatelis. Hier, holten. Ich ultere. Oh, nein. Dieser Dot ist so OP. Nein! Can you wear? Was? Nein. So. Hab ich auch ein Räder. Tschüss, Cupid. Sehr schön gemacht. Ich hab' mich auf keinen Taschenfirm mehr. Da sind meine Witz auf Kudern, Ball, okay. Ich hab' mich auf keinen Taschenfirm mehr. Ich hab' mich auf keinen Taschenfirm mehr. Ich hab' mich auf keinen Taschenfirm mehr. Den kriegst du... ...und schon... Oh, nein. Dieser... ...Low. Ulti in 5 Sekunden. Wollte das letzte Mal ran. Hier schnell rauf, rauf, rauf! Paulimeter, schnell rauf! Ich hab zu viel Damage gemacht, ey. Lol. Ja, toll, 8 Punkte. Genau, jetzt geben wir auf. Müssen wir unbedingt aufgeben. Gibt's den Poseidon? Oh nein, ey. Ja. Ja, ulti's ready. Jetzt immer reinganken. Unsere Minion klopfen durch. Nice. Wow. Oh nein. Wir hätten bestimmt noch die 49 Punkte aufgeholt. Hätten wir noch. Ist grad das warm geworden. Ich finde, in der zweiten Hälfte waren wir wesentlich besser. Ich hab eben Double Kill gemacht und dann, ja. Isis hat mich zerfleddert. Danach. Ja, das war der neue Grand You. Uh. Betonung liegt auf wahr. Ja. Also Stiefelsman, wie hieß nochmal dein Twitch-Name? Wollte ich gar nicht sagen. Kurz zu vloggen, Moment. Ja, ich muss auch vloggen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Zettman. Ciao. Zettman ist dein Twitch-Name? Ja, Stiefel Zettman. Ah. Alles klar. Ihr seht das auch unten im Chat, so wird's geschrieben. Bis dahin. Ciao.